Es kann und muss auch einfach ein Feiertag werden. Und an dem Moment zum Video hier vor dem Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg. Wir gehen erstmal zurück zum Unionsspiel. Lucky Punches gegen Union ist der erste Überpunkt diese Saison. Zweimal, zweimal 1 zu 1, zweimal 90 plus. Hinrunde Fahr hier, abgefälscht Baumgartner. Rückrunde hat er in den Zweikampf gegen Galicic verloren. Und auch da Treffer. Und ja, auch letzte Saison hat man schon ein bisschen fast vergessen. 2-2, Doppelpacker-Kalicic, 85. und 90. Und gut, bei der Partie Stuttgart-Union gibt es gefühlt ja eh nur Unentschieden. Sosa und Sascha sind zurück. Ein ganz kurzer Punkt, aber ich will es angesprochen haben. Die letzten beiden Tore sind genau durch die Connection gefallen. Das 3-2 gegen Gladbach. Genauso wie das 1 zu 1 jetzt bei Union. Und gut, den beiden. Das Bild nach Union hier jetzt als Beispiel, den kann man einfach nicht widerstehen. Der Unioner Live-Ticker. Hilf Gott! Der Kult-Club hat wieder einen rausgegangen, wieder den Vogel abgeschossen. Nur hier mal ein Beispiel aus dem Ticker. Paule köpft heute öfter als Frankreich während der Revolution. Ja, kann sich da seine Meinung selber zu bilden, ob sowas im vereinseigenen Live-Ticker stehen muss. Ohne Schiri habt ihr keine Chance. Das haben die Union-Fans komplett unironisch gesungen zum Spielende. Ich will mal kurz Statistiken rausholen. 25 Fouls waren zum Ende von Union. Das ist auch ein Rekord. Ständig taktische Fouls. Wir haben es auch im Stream ständig angesprochen. Alles, was bei uns irgendwie umschaltspielmäßig drin gewesen wäre, tempomäßig drin gewesen wäre, alles im Keim erstickt durch Fouls einfach. Und Mamouche hat selbst sogar auf Twitter gepostet, eine Statistik quasi getweetet, dass er der meist gefaulte Spieler der Top-5-Ligen am Wochenende war. Nämlich zehnmal, am Ende standen aber da auch nur zwei geheime Karten für Union. Einmal Gieselmann, einmal Brömmel. Gerade vor dem Hintergrund, ich will es jetzt nicht weiter ansprechen, aber gerade vor dem Hintergrund war auch dann das Baumgartel-Interview nach dem Spiel einfach nur peinlich. Es passt im Verein. Das ist mir auch ein wichtiger Punkt, auch wenn es vielleicht nur kleinere Geschichten sind, aber das ist mir extrem, extrem wichtig, weil es aber in den letzten Jahren oftmals einfach nicht so war, historisch. Gerade rund ums Union-Spiel haben wir einige sehr schöne Fotos gesehen. Auf Twitter beispielsweise vor dem Spiel Vogt und Hitzesberger im Auswärtsblock mit 25-Jahre-Kommando Cannstatt quasi Geschenktrikot. Stellt ihr sowas mal jetzt mit einem Dietrich oder wem auch immer vor, weiß ich nicht, ob sowas passiert wäre. Im Auswärtsblock stehen sie und geben denen das Trikot. Unfassbar geil. Dazu noch vor dem Spiel Hitzesberger mit irgendeinem Fan an der Bahnstation. Nach dem Spiel Rino macht da Selfies mit Fans. Es ist einfach traumhaft. Es ist alles angerichtet. Ja, Sondergenehmigung, 2G-Regel, 60.000 Fans oder halt volle Auslastung wieder möglich. Stand in der Pressekonferenz von heute früh, Donnerstag früh, sind 51.500 Karten verkauft. 1,5.000 davon gehen an Augsburg. Das ist eine sehr, 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 sehr geile Zahl. Gerade wenn man sieht, wir hatten das schon mal. Wir hatten schon mal 2G und volle Auslastung möglich. Höchststand bisher waren gegen Bielefeld im Heimspiel 33.550. Dazu wieder das Comeback der organisierten Stimmung. Kommando Cannstatt feiert dazu auch noch 25-Jähriges. Vielleicht kommt da was in Richtung Karawane. Choreo, wer weiß. Es kam ja normalerweise zumindest zu großen Geschichten, großen Jubiläen immer irgendwas in Richtung Choreo mal. Mal gucken, ob das schon am Samstag der Fall sein wird. Auf jeden Fall wird es wieder Stimmung werden, wie halt vor zwei Jahren, wie vor Corona. Es jährt sich fast auf den Tag genau zwei Jahre, dass wir gegen Bielefeld das letzte Spiel hatten. Damals vor 54.302 Zuschauern laut dem Kicker. Also alles angerichtet und es kann und muss auch einfach ein Feiertag werden gegen Augsburg am Samstag. Ich habe unfassbar Bock auf dieses Stadionerlebnis wieder. Wahrscheinlich wird man erstmal gar nicht darauf klarkommen, weil 25.000 waren immer schon nett. Stimmung, okay, das ist nochmal doppelt so viel, was jetzt im Stadion ist. Auch mal im Vergleich zu Gladbach. Das wird extrem, extrem wild. Aber was auch natürlich extrem, extrem ist, ist die Fallhöhe. Der Hype ist so groß, wenn die dann auf einmal sportlich halt nicht den Hype mitgehen und du auch mal gegen Augsburg verlierst. Die Fallhöhe ist extrem, extrem hoch. Die Mannschaft muss sich davon von Minute 1 antragen lassen, abliefern und ganz simpel gewinnen. Es ist Crunch Time. Das gehört nämlich genau zu diesem Thema dazu. Wir müssen gegen Augsburg abliefern. Ich bin immer in dem Vergleich mit Hertha BSC Berlin gerade rein, weil die gerade 17er sind. Die haben wir gerade überholt auf Platz 16. Unsere nächsten zwei Spiele sind Augsburg zu Hause und Bielefeld auswärts. Während die Hertha mit Neutrainer Felix Magath, Legende ist zurück, bin mal schwer gespannt, wie es da läuft mit dem Kollegen. Die müssen zu Hause gegen Hoffenheim ran und auswärts nach Leverkusen. Das ist eine Zeit, wo du jetzt liefern musst. Wo man sich wenigstens auf Platz 16 oder vielleicht auch auf Platz 15, kommt natürlich auf Bielefeld und so weiter an und auf Augsburg an, aber auf jeden Fall sich mal ein bisschen absetzen muss. Auf und ab gegen Augsburg. Ja, gegen Augsburg und auch bei Augsburg selbst ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie läuft es bei den Kollegen. Direkte Duelle gegen Augsburg sind ausüglichen. 15 Siege, 13 Niederlagen, 2 Unentschieden. Heimbilanz eher für uns. 8 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Letzte Spiele von Augsburg in der Liga waren 2 Siege, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen. Aber jetzt erst vor kurzem der Sieg in Bielefeld. Sehr wichtig für Augsburg. Und was man immer ein bisschen im Kopf halten muss. Ich glaube, die spielen jetzt zwei Tage vor unserem Dortmund-Heimspiel, um die 6. April oder sowas. Die haben noch ein Nachholspiel gegen Mainz. Wegen Corona-Filmen von Mainz damals wurde es verlegt. Das heißt, die können potenziell immer noch drei Punkte aufholen. Sie haben ein Spiel hinter uns quasi noch. Sie haben noch ein Spiel gut. Letzte beiden Heimspiele haben wir gegen Augsburg gewonnen. Trotzdem, es ist durchaus ein bisschen eine Wundertüte. Augsburg ist auch sehr, sehr Abstiegskampf erfahren. Aber, wie schon gesagt, es ist alles angerichtet und es muss was werden am Samstag. VfB 2, meh, der Rest rassiert die Bayern. Komischer Titel, ich nehme trotzdem. Bei der 1-2-Pleite vom VfB 2 gegen Baling waren sogar vier Profis dabei. Fahri hat sogar getroffen. Neben Fahri war noch Massimo Klimovic und die Davi in der Startelf. Und auch ein Schock zum Beispiel, auch ein Polster war auch mal oben dabei. Trotzdem lief es nicht. Die VfB 2, VfB U21, wie auch immer, läuft nicht so ganz. Stecken schon ein bisschen im Abstiegskampf. Und ich glaube, Platz 15 gerade. Nehmen wir ein bisschen positiver rüber. U17. Unfassbar gut. Ich meine, es ist die beste U17-Leistung bisher, die der VfB jemals hatte in der Saison. Und die schlagen auch die Bayern einfach zu Hause mal kurz mit 5-1 weg. Und auch am Wochenende, am Sonntag, ist historisch passiert. Die U19 zieht zwei Jahre in Folge ins Pokalfinale ein. Glückwunsch geht da raus. Und das durch ein 1-3-Sieg-Nachverlängerung in München. Auch wieder die Bayern geschlagen. Das 1-3-Sieg auch durch TBD. Der wurde wieder runtergeholt in U19 für das wichtige Spiel. Also Respekt an unsere Jugend. Das ist sehr, sehr geil. Die Nachwuchsarbeit läuft absolut. Und noch kurz, auch so ein bisschen, weil es talentmäßig passt. Und auch von der PK heute Morgen ist Armada-C-Verletzung irgendwas. Auf jeden Fall operiert worden. Und Saison aus für Armada. Und auch Eckloff ist wieder angeschlagen. Das sind auch so Kandidaten, wo es einfach verletzungsmäßig einfach nicht läuft. Dann würde ich sagen, ist auch mit dem Vorbericht hier alles angerichtet für Samstag. Ich tippe natürlich auch noch auf den Sieg. Habe ich vorher nicht dabei gehabt. Aber ich tippe ganz klar auf den Sieg. Ich gehe auch mal statt ein 2-1 auch mal auf ein 3-1. Aber ein bisschen eindeutiger auch mal. Könnt natürlich auch wieder abstimmen im Community-Tab. Ihr wisst Bescheid. Auch sonst alles rein in die Kommentare, was ihr zum Spiel und zum VfB schreiben wollt. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.